So... Fuck. Fuck. Wo? Okay, sag mal eben im Koordinat, dann buddel ich mich zu dir rüber. Äh, meint, ich schreib's in den Tisch. Fuck, ich hab' nicht genug Kompis und ich hab' noch... Ich hab' noch Eisen in meinem Inventar. Warte, Alter. Aber ich hab' jetzt halt schon wieder fast gar kein Leben mehr. Hast du noch bisschen Gold gefunden, Kuiper? Klar. Echt? Ja. Wie viel? Okay, dann haben wir auf jeden Fall noch mal einen Goldapfel für mich, weil ich hab' jetzt nur noch zweieinhalb Herzen. Und wir müssen... Ich habe drei Gold gefunden, wieso? Also ich hab' gesagt... Ja, perfekt, dann haben wir... Ey, Alter, dann wir gehen richtig ab. Ich seh' deinen Namen. Okay. Also ich sag' schon ganz halt, ich hab' Gott gefunden und ihr sagt nö. Ey, du hast ja jemand gesagt. Und Gold. Scheiße. Ich seh' dich mal. Meine Schaufel ist gleich dauernd. Sie schieb' mich jetzt? Warte mal, ich muss grad' eben mit Kuteln. Fuck, jetzt wird die Kusikverzung. Nö. Bist du an Oberfläche? Ja. Ich bin nach keine Monster. Doch, aber ich hab' mir so'n Loch gebuddelt. Sie schieb' mich jetzt? Ich seh' deinen Namen nicht. Das ist nichts wahrscheinlich gerade. Nein, ich bin fast direkt... Jetzt. Ich bin runter hier. Nö. Kein Name. Ich hör' nur das Abgebau. Egal, dann bau dich doch mal zu mir einfach. Ich bin, ich bin jetzt so gut. Ich bin jetzt eigentlich schon bei dir. Ich hab' Angst. Und noch mal jemanden gefunden. Okay, perfekt. Wie, wie, wie komm' ich runter zu dir? Runter? Du bist über mir? Ja, ge- nein, Achtung, okay. Ja, noch kein Falschein. Achtung, mach zu, mach zu. Okay. So, äh, pack' mal dein Fleisch hier rein. Ich hab' ihn nämlich auch noch mal, ich auch nicht. Alter. Alter. Das ganzen Stack. Jürgen, das ist richtig krass. Also jetzt gehen wir richtig auf, weil ich kann noch'n goldenen Apfel essen. Dann, äh, tut, ähm, tun wir, ob sie dann abbauen. Dann haben wir Neta-Portal. Und dann können wir Neta-Barzen holen. Wenn wir irgendwann Neta-Forters finden und dann... Äh, können wir Health-Portions machen, dann müssen wir nicht immer auf Gold-Apfel umsteigen. Nein, das finde ich hier echt schon richtig schnell krass. Also, man muss mal denken, wie lange spielen wir jetzt schon? Das ist jetzt die siebte oder achte Folge? Neunte. Neunte? Oh, wir sind schon echt... Es soll ja noch nicht die neunte. Doch. Das ist jetzt von mir aus die siebte. Ja, du hast ja zwei verpasst. Ich hab' eine verpasst. Wir haben auch vor allem... Hey, wir haben ja schon ein bisschen lange gemeint und so, aber... Naja, warte, lass mir mal das nächste Fleisch mit. Ich hab' nur eine Keule. Ich hab' dir doch gerade eins schon zugeworfen. Ich nimm das nächste auch noch. Ja. Erstmal beide. Jo. Okay, ja, ich hab' jetzt auch volles Hunger, also... Ja, ich könnte noch ein Steak-Vertrag. Okay, ja. Ich kann halt nicht sehen, wann Tag ist. Nicht so wirklich. Warte mal, geh mal aus mir raus. Okay, scheinbar Nacht zu sein. Wir könnten höchstens mit Glas arbeiten. Man könnte es Verschwendung nennen. Fuck. Ich mach' mal hier Glas hin, ja? Jo. Okay, jetzt können wir immer sehen, wieviel Uhr es ist. Wieviel Uhr. Okay, warte, ich bin... Nee, nicht irgendwie zuschlagen. Oh, fuck. Ich hätt' grad mal einer zuschlagen. Oh, drei Steaks ist das weg, halt. Ja. Aber ist auf jeden Fall ne schöne Base hier. Wir könnten... Ja, wir haben halt kein Pumpkin gefunden. Das ist das einzige, was wir jetzt noch unbedingt brauchen. Wir können den am Tag weitersuchen. Ja, ja, machen wir jetzt auch. Wir laufen noch mal ein bisschen weiter. Aber wir brauchen unbedingt noch ne Wolle, dann können wir die Nacht nämlich überbrücken. Ja. Ich hab' nämlich fünf Wolle, aber halt, ne? Nicht sechs. Und ich könnte auch mal das Eisen braten, wenn das irgendwann fertig okay ist. Das wird wahrscheinlich noch länger als die Nacht dauern. Und, äh, ich werde mal eben hier einfach schnell einen Zeitraffer machen. Wo ich einfach hier nur stehen bleibe. Und viel Spaß. Okay, wir müssen jetzt hier rausrennen. Und, äh, wirklich rennen. Weil es kann immer sein, dass jetzt hier ein Creeper hinter uns lauert. Und das... Das darf nicht passieren. Ja. Oh, fuck. Wo? Das geht direkt neben mir. Wie viel mehr hast du noch? Alter, anderthalb jetzt nur noch. Hä? Hast du gerade auch schon? Ne, ich hab... Hä? Doch stimmt irgendwie schon. Hä? Nein, du hast hier auch noch mal. Oder hab ich zweieinhalb? Das, das, komm! Renn in meine Richtung. Renn in meine Richtung. Renn in meine Richtung. Ja, dann gehen wir jetzt weiter. Das ist halt das Blöde am Wald. Das ist grad echt kacke. Okay, anderthalb Herzen ist jetzt nicht so viel, aber... Du musst jetzt hier echt in etwas größere Gebiete auffallen. Wo wir mehr sehen können. Lass mich vorrennen, bitte. Ja, gut, dann renn du mal vor. Dann die Bewerbungen, würde ich sagen. Weil ich hab echt keinen Lust, ich guck mal, was dir die ganze Linie nix. Nur neulich, ich pack hier drin rum. Geh nicht in die Linie. Nee, nee, geh da nicht in die Linie. Geh nicht in die Linie. Geh mir gleich noch auf meine Faust läuft. Das will ich nur noch gern das dann Auer kriegst. Okay. Dein ist wieder das andere. Du solltest dir an deiner Stelle nicht zu viel trauen. Ja, ich will jetzt einfach nur hier durchsprinten. Ich bin jetzt grad in die andere Richtung gegangen. Wo bist du? Hier unten bin ich. Hier unten. Rechts. Ah. So. Weißt du überhaupt noch, wo's nach Hause geht? Ja, so grob. Das finden wir auch schon. Wenn ich unsere Koordinaten vielleicht aufschreiben soll. Ja, was kriegen wir auch so? Wenn wir nicht dann so... Glück, bis ich da vor einloggen. Bist du auch hinter mir? Ja. Weil ich glaube jetzt werden wir auch keine Monster mehr treffen. Und deswegen laufe ich mal wieder kurz ein bisschen vor. Ähm. Wir müssen halt diese scheiß Pumpkins finden. Und deswegen würde ich eher mal sagen, wir gehen kurz ins Winterbiom. Da ist es auch übersichtlicher. Und nicht so verworren. Ja, hier jetzt nur die Frage, wo ist das Winterbiom? Okay, ne. Hier haben wir noch ein anderes Biom. Ist noch besser. Nicht der Dschungel? Äh, ne. So ein freies Biom. Plains. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich will sie wie sie nennen. Bist du hinter mir? Ja, wir sind jetzt halt ziemlich lang rumgelaufen und haben Pumpkins gesucht. Ähm. Ich, äh, tue das jetzt einfach hier im Zeitraffer zeigen, weil es ist nicht so spannend. Wir haben die größten Zeit eigentlich nur Schweine getötet oder ich weiß nicht was. Äh, Kühe. Ähm. Deswegen, äh, tue ich das jetzt einfach mal lieber vorspulen. Und, ja, äh, natürlich sobald, äh, den Zeitraffer wegnehmen, sobald was, äh, Spannendes passiert. Und ja, dann, äh, würde ich mal sagen, ne. Spannung steigt. Jetzt. Hatten wir eigentlich auch. Das, Pumpkins! Pumpkins! Wo, wo, wo? Hier! Ja! Pumpkins! Ja! Ja! Leute, wir haben es geschafft. Äh, ich hab keinen Platz mehr im Inventar, aber ich helfe dir mal mal bauen. Ja! 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 Okay, dann, dann jetzt schnell zurück. Ähm, damit wir noch so viel wie möglich schaffen. Vielleicht treffen wir ja noch ein Schaf unterwegs. Oh, okay, da sind nochmal Pumpkins. Komm mit, du baust den Pumpkins ab und ich töte dir die Schafe. Äh, die... Die Kühe natürlich. Okay. Schafe wären natürlich zu praktisch, weil dann könnten wir... Oh, kack! Oh, mein Axis ist im Arsch. Ich kann dir meine geben. Ich bin halt Mann, ich mach das mit der Faust. Ich geb dir aber trotzdem meine, weil du jetzt in der, ah, allgemein begünstete, äh, Pumpkin-Abbauer wirst. So. Das Gute ist, wir können... Kühe, Kühe kannst du wirklich immer töten, weil, äh, Leder kann man nicht genug kriegen. Weil wir müssen ja auch die ganzen... Hier ist noch ne Kuh, warte ich nicht. Ja, hier ist noch ganz viele Kühe, das will mir nicht kurz zurückkramt. Ähm, weil Leder brauchen wir ja für die ganzen Bücherregale, um zu enchanten. Und ich hab 27 Level also. Ja, ich... Oh, hier sind noch... Ich sind auch noch 3 Kühe. Ich fär mich schon wieder ziemlich krass von dir. Ähm, ja, also ich... Irgendwer... Oh, ich hab'n Schaf gefunden. Ich hab'n Schaf gefunden. Ah, wundervoll. Äh, jetzt müssen wir uns nur noch wiederfinden. Ja, das wär, äh... Nicht schlecht. Macht. Okay, acht Wolle. Äh, jetzt müssen wir uns wiederfinden. Jetzt wird schwierig. Äh, ich bin... Ich bin grad' da, wo ganz viele Kühe sind. Ja, komm' mal wieder zurück, irgendwie. Ja, zurück, toll. Ja, ich auch so viel weiß, wo. Oh, ich hab'n Dich. Okay. Wo bist du? Ah, da. Okay, dann lass' uns noch mal 10 Meter weiterlaufen. Damit wir noch in dieses andere Biom reinkommen. Und dann, ähm... Ich kann weiter, ich muss ihn versetzen. Ja. Du siehst mich ja noch. Komm, wir töten noch die Kuh da hinten und dann, äh, gehen wir schon in den Unterschlupf und legen uns schlafen. Wobei, wir sollten uns jetzt direkt schlafen legen, warte. Äh, komm' mal schnell die Werke. Die Workbench? Ja, ganz schnell, ganz schnell. Ja, wo bist du denn? Hier, hier. Wau auf. Schnell, dann können wir noch schlafen. Warte. Nimm das hier mal raus, was hier so rauspumpt. Okay. So. Nimm einfach mal mit. Und jetzt schlafen legen. 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 Könnt' ich da keine Monster greifen? Na, ja, wenn wir jetzt schnell genug schlafen, dann spawnen gar keine Monster. Okay, Betten mitnehmen und weitergehen. Das war die Nacht. Deutlich unkomplizierter als letztes Mal. Ja, dann sind wir mit Highspeed zurückgerannt. Und, ähm, ich hab's irgendwie geschafft, äh, aufgrund meines Orientierungssinns einfach in eine gewisse Richtung zu laufen. Dann, äh, die war sogar richtig. Das fand ich krass. Weil das war eher so eine Tendenz, wo ich hingelaufen bin. Und wir haben perfekt drauf getroffen. Naja, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Also, man kann ja nicht immer nur Pech haben. Und, äh, ja, wir sind jetzt einfach so ein Stück hier durch die Gegend gelaufen. Ich find's sieht immer im Zeitreffer total lustig aus. Aber, ja, äh, da ist jetzt nichts mehr groß passiert. Wir haben die Nacht, ähm, überstanden. Und, äh, es kam auch keine Nacht mehr. Wir waren dann schon am selben Tag wieder da. Und, ja, ich würd' sagen, dann mal wieder weiter. Okay, im Wasser essen. Schaffen wir vielleicht sogar noch vor, äh, vor der Nacht. Aber du hast dein Bett auch immer parat, falls wir's nicht schaffen, ne? Ja. Gut, okay. Ähm, ich glaub, da hinten überm Berg müsste eigentlich unser Zuhause sein. Da hast du eine ordentliche Orientierung für mich. Ich hab mir einfach... Ich hab mir einfach... Ja, da ist es, da ist es, da ist es. Da hinten rechts hinter den Bäumen. Ha, geil, wir haben's geschafft. Alter, war das... Wir haben's geschafft. So einen Meter vor der Tür werd ich mir vom Skelett abgeschossen. Oh, Junge. Lass mich lieber vorgehen. Ja, warte, warte, ich muss auch viele Kühe töten. Jetzt schaffen wir das ja eben. Ja, ich guck mal kurz, ob da irgendwas ist in der Nähe. Alter, okay, dann esse ich gleich... Ach, ne, Küpenhunter-LP ist ja jetzt weg, genau. Dann hab ich den goldenen Apfel nicht mehr. Ähm, kannst du ein bisschen gleich mal die Kühe nochmal vermehren? Ja, äh, hier von draußen, Tür ist nix. Soll ich da mal gleich den Brudel am Pumpkin aufsetzen? Warte, warte, da will ich dabei sein. Haha. Wobei, wollen wir das jetzt schon machen? Ja, komm, mach, mach. Ja, komm. Okay, Leute. Es wird passieren. Drei, zwei, eins. Ha, Bobby! Hallo! Wir müssen unbedingt noch ein Namensschild craften. Ja, das gibt's halt hier nicht. Ähm. Nein? Ne. Okay, dann, äh, bauen wir die zwei Öfen noch auf, irgendwie. Und dann, ähm, hast du die ganze Kohle hier. Egal, ich nehm jetzt einfach hier so ein bisschen Kohle und verteilen wir so ein bisschen Kohle rein, und dann machen wir jetzt hier so die übelste, äh, ich brate alles Action. Oh fuck, warte, falsches Fleisch. So, wo hast du, hast du, du hast noch anderes Fleisch, ne, oder? Äh, nein. Doch. Ja, auch Porkchop. Ja, mach. Ja, toll, äh, kannst du Kohle oben rechts rein tun? Ja, ja. Ah, ja, ja. Ist schon, ist schon drin. Okay. Alter. Das reicht schon. Alter, weißt du wie viel? Alter, wir haben 64 Ketten, dann tu mal deinen Leder rein. Wir haben, wir haben richtig gut abgesahnt. Ich würd mal sagen, lass uns mal ne Dirtkiste machen. Ja, wir müssen generell ein Lagersystem machen. Ich weiß nicht, welchen Raum wir dafür benutzen, aber ich dachte jetzt hier so vielleicht das Obergeschoss hier. Was wir, by the way, auch mal fertigstellen können, damit das hier sicher ist. Mach ich mal ganz schnell. Ja, dann würde ich mal sagen, ich baue schon mal ein paar Truppen. So, ja. Dann können wir hier unser Lager abwarten. Schätze, was soll ich mal machen? Sag mal eine Zahl. Warte mal, aber ich weiß nicht, ob dieser Raum wirklich so dafür geeignet ist. Das sieht man ja aus wie so eine Kommandozentrale, oder? Oh, man, du Zentralaloo. Ja, weil hier so viele Glasscheiben ist, so ein Raum, der vieles Lager ist, der muss eher so, weißt du, nicht so gefüllt sein? Da würde ich ihr vorschlagen, wir bauen schnell einen Raum dafür. Ja, ich mach trotzdem schon mal Kist. Ja, okay, das geht. Also ich hab schon mal acht Kisten mit einem Stack, da mach ich noch mit, so ja, 60 Kisten reicht jetzt mal, aber acht Doppelkisten. Wo ist eigentlich das Ressische Gold, denn wir hatten ja noch neun Gold übrig. Womit wir dann kein Opfel mehr gemacht konnten. Äh, acht Gold, äh, sieben Gold hatten wir. Aber wir haben auf jeden Fall genug Äpfel. Ähm, das Bett stelle ich mal dazu, weil es kommen vielleicht ja noch ein paar Leute, ne? Also es kommen nicht nur vielleicht, es kommen noch welche Leute auf jeden Fall. Also sonst lass doch in dem anderen Haus den Lagerraum machen. Ja, ja, wir machen ja, wir machen jetzt so ein, ich kann es dir gleich zeigen, aber es wird Nacht, deswegen legen wir uns schlafen. Und dann können wir die Folge mal beenden. Okay. Ich hab das Bett ganz gut. Es soll so ein spezielles Rundrum-Haus-System werden, wo in der Mitte dann halt, äh, sagen wir so, alles abgelichtet ist. Okay, ähm, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und tschüss. Tschüss. Musik 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 Musik